Musik Seine Faust ist ein Hammer. Seine Finger sind eiserne Krallen. Seine Schläge sind tödlich. Und das ist Shang Tsing, Meister des Kung Fu. Seine Schule ist hart. Sein Training erwarmungslos. Seine Kampftechnik unübertroffen. Seine einander Krallen. Seine Kampftechnik. 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 Der Alain Krallen. Kampftechnik. M masuk. Was ist stärker? Karate oder Kung-Fu? Eins kannst du dir merken, auch wenn ihr eure Kanonen und Bomben gegen uns einsetzen solltet. Es wird euch nie gelingen, den Geist unseres Kung-Fu zu zerstören. Wenn ihr jedoch den Mut zu einem fairen Kampf habt, dann stehen wir euch gern zur Verfügung. Erleben Sie Karate! Taekwondo, Tai Chi Chuan, Kendo und Chao Ling Kung-Fu, die geheime Waffe des Todes, in dem Film Der Gelbe Gorilla. Zum ersten Mal sehen sie die vielfältige Kunst asiatischer Kampftechniken in dem Super-Eastern Der Gelbe Gorilla. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020